Und es geht gleich weiter mit der nächsten Folge. Ja, also, ja, ja. Und zwar mit der Händlerrettung Blen-Yel. Die Akamidemie hat den Notruf eines Händlerschiffs erhalten, das auf dem Planeten Blen-Yel abgestürzt ist. Sie wurden aus dem Hyperraum gerissen, als sie auf einem Abfangkreuzer stießen. Das Imperium wollte anscheinend seine Präsenz nicht preisgeben und feuerte auf das Handelsschiff. Doch die Händler schafften auf die Oberfläche des Planeten und konnten Hilfe rufen. So viel wir wissen, ist dieser Planet unbewohnt. Klingt nach einem leichten Auftrag. Du solltest ihn übernehmen können, während Kyle mit Rush unterwegs ist. Nimm dir einen Shuttle, lande bei den Koordinaten des Notrufs und nimm Überlebende auf. Okay. Hört sich ja machbar an. Macht Schutz, macht Heilung. Ich mache mal Macht Heilung, weil dann brauche ich mich nicht mehr hinhocken. und dann kann ich mich bewegen dabei. Das ist sehr praktisch. So. Okay. Und ich glaube, ich erinnere mich. Deswegen habe ich gerade schon ganz viel Angst. Oh ja. Ja, habe ich. Ah! Ah! Ja, es ist die Mission, die ich mir dachte. Friedhof. Gut gemacht, Jaden. Eine Rettungsmission. Klasse! Sieht aus wie frisch gestrandet. Hallo? Hallo! Hey, Sie da! Der macht sein Dank, dass Sie hier sind. Dieser Ort ist... Das war das? Gott! Nichts Gutes. Vielleicht finde ich in diesem Händler schon, was ich suche. Vielleicht solltest du erst mal überlegen, was hier gerade passiert. Oha! Verdammt, das war schnell laden. Wo war schnell speichern? War das F12? Es ist jetzt gerade blöd. Vertippt. Entschuldigung. Soll ja vorkommen. Das habe ich doch gerade gesehen. Habt ihr gerade gesehen? Habt ihr gerade gesehen? Habt ihr doch gerade gesehen? Näääääääääääääääähä? Alles ist gut. Alles ist gut. Wir wissen, dass hier riesige Viecher sind, die mich nicht mag. Ja, das wissen wir. Ja, das wissen wir. Hallo? Hallo! Ich wäre nicht rausgerannt, wenn ich wüsste, was das ist. Und nochmal angucken. Nichts Gutes, verdammte Hacke. Nichts Gutes. Steuerung. Interaktion, sonstiges. So. F12 ist schnell speichern und das ist schnell laden, okay. F12. Glaub mir, das werden wir brauchen, das F12. Ich werde hier mit Sicherheit 50.000 Mal sterben. Oh! Ich bin bei dieser Mission immer leicht angespannt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Soll ich mal ruhig sein hier? Lecks kann ich dabei gar nicht gebrauchen. Schlimm ist, die Dinger gehen irgendwann unter. Oh! Gott! Ich hasse diese Mission. So abgrundtief. In solchen Sachen hier. Hier kann man immer so schnell drauf gehen, das glaubt man gar nicht. Wo ist denn das? Ist das hier hinten? Oh, hier ist Leben. Cool. Ach, da gehört's hin. Kontrollpunkt. Finde ich auch gut so. Speichert trotzdem noch. So. Ich, ich... Es kommt mir so vor, als hätte ich die Mission gestern erst gemacht, ey. Ganz ehrlich, ich finde die so übel. Hier bin ich so eine kleine Schnellspeicher-Huge. Wenn man das so sagen darf. Oh, und diese Viecher, die Geräusche von den Viechern sind... Die machen's echt nicht besser. Speichern. Ich muss doch drüber. Dahin soll ich. Bist bekloppt. Erstmal alle Viecher, die hier sind, weit weg. Ich hab Angst. Oh, 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 oh. Nein. Füße. Ey, ganz ehrlich, bei solchen Sachen... Alter. Da geht mir immer so die Pumpe. Es ist unglaublich. Ja. Ha! Ich hab mich grad nicht erschrocken. Nein. 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 Hab ich nicht. Oh, oh. Ich hab schon mal zwei von vier teilen. Das ist schon mal... Ist schon mal weitestgehend in Ordnung. Ich will auch hier lieber mal auf Nummer sicher gehen. Genau deswegen. Die Dinger sind irgendwie immer hier beim Schiff. Ich weiß auch nicht. Was hab ich jetzt eigentlich grad aufgesammelt? Das da? Nein. Äh, das da? Nein. Das da? Das da! Okay. Speichern. Denn mit einem Hubs ist alles weg. Das ist das Pumpe. Sieb von den Viechern. Holy shit. 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 Ich überlege gerade, wo man jetzt hier am besten weiterkommt. Nirgendwo, wenn ich ehrlich bin. Würde ich sagen. Scheiß drauf, Bitches. Da ist hier noch einer. Nein. Ich meine, nein. Nein. Genau die Energiekoppelung, die ich für den Beschleunigungskoppler verwendet habe. Blablabla interessiert mich nicht. Wie komme ich jetzt zurück? Was will ich denn hier machen? Jetzt soll ich da oben reinkommen, oder was? Nein. Nein. Nicht gut. Ganz schön auf die Art, die ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist, aber ganz ehrlich, mir ist es so egal. Hier sollte ich sicher sein. Okay, scheinbar sollte ich hier drüber nicht rein. Ist mir wohl relativ egal, weil ich muss hier sowieso her. Hilfe. Okay. Okay, drei von vier Teilen. Da das fühle ich hier immer noch im Krebs... Hab ich Angst! Ich hasse diese Mission so sehr. Ich glaube, ihr könnt verstehen, warum. Wir gehen mal ein bisschen auf die Geschwindigkeitsdinger. Dreckst Ding. So, ich muss jetzt irgendwie da hinten hin. Ich hab so wirklich keine Ahnung, wie ich da hinkomme am besten. So. Echt jetzt? Das ist... Langweilig. Hm. Okay. Also, wenn ich hier gerade ehrlich bin, so gut ist das bei mir hier noch nie gelaufen. Das ist schon fast ein bisschen zu chillig. Boah! Du drecksverkacktes Scheißviech! Es ist wahr. So. Und jetzt weg hier. Sofort. Sollte klappen. Und jetzt schnell weg von diesem verrückten Kälschen. Hilfe. Die armen Händler. Klingt so, als hätten die Sandgräber sie alle erwischt. Verdammte Viecher. Zum Glück bist du heil wieder zurück. Wir informieren Coruscant, diesen Planeten als gefährlich einzustufen. Gefährlich? Das Ding ist tödlich. Das war gut, Jaden. Du bist für die nächste Stufe des Trainings bereit. Aber wir hätten auch noch eine andere Mission. Denk dran. In jeder Mission kannst du mehr über das Leben eines Jedi erfahren. Und mehr Punkte erreichen. Wir machen weiter. Wir machen es nämlich so. Möglichst viele Missionen machen. Und ich weiß, dass es bei den nächsten beiden Stufen Missionen gibt, die ich nicht schaffe. Bei einem weiß ich es sicher. Bei der anderen weiß ich es gar nicht mehr. Deswegen versuchen wir versuchen so viel wie möglich zu machen. Aber es wird halt wohl jetzt demnächst dann immer eine Prüfung noch übrig bleiben. Eine Mission. Aber egal. Wir machen erst beim nächsten Mal die Kultuntersuchung noch auf Corellia. Und dann kommen wir zur nächsten Stufe. Bis dann. Ciao.